herzlich willkommen zu einem weiteren video heute mal endlich mal wieder mit rivo hd also ja wir haben uns jetzt bloß beide umgenannt ich heiße jetzt pixelboy hd wer es noch nicht mitbekommen hat aber ihr dürft das ja wissen ja bei mir aber dass das jetzt besonders das erkläre ich in der runde ja und ich erkläre ich jetzt auch noch was in the round wir machen kurzen cut jetzt gleich da sind wir wieder und ja fang du an mit einer erklärung also rivo hd heiße ich eigentlich schon seit ein paar ja seit ein paar wochen aber halt nicht auf pc mc gaming und dann haben wir halt ein intro erstellt und da haben wir was falsch erstellt rivo hd deswegen habe ich jetzt einfach auch hier rivo hd und ich habe auch schon mal jemanden gesehen fällen der ist in minecraft für einen pc hat ja mein skin gehabt also egal wer das von euch war wenn es einer von euch war ich habe kein dankeschön ja und wir wollen nur sagen dass er jetzt auch ein kanal hat aber es bleibt natürlich unser kanal ja der vip plus aus sind und ja wir ja ich will doch noch was sagen ich mache auch einen eigenen kanal aber es bleibt auf jeden fall unser kanal unser gemeinsamer kanal bleibt auf jeden fall und und er wird auch wirklich aktiv kommen bloß der mein kanal wird dann halt pixel boy heißen ist er noch hinter uns ich weiß gerade nicht auf jeden fall er kann kein sprinten und er auf jeden fall wird dann pico hd heißen und ja ich habe eine truhe entdeckt mit an der ich bin ja an der border sag ich mal ich bin jetzt an kleinen fluss hier ich bin jetzt ich bin ich bin jetzt bei so einer schiene hier ok ich glaube ich weiß welchen weg du gegangen bist ich muss kurz man ich brauche mir nicht nur noch oh shit da ist der vip plus ich sehe dich gar nicht mehr ich sneaker hier gerade kiste steinschwert ein dir oh shit oh shit wenn ich wüsste wo du bist würde ich dir helfen ich bin hier hinten bei dir so ja ok ich such dich los 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 ich bin bei ein haus und nein ich werde so umrahmt ich bin so tot der weiß nicht wie sprinten geht sprinte weg bist du das hast du für eine brust ich hab ich hab mir jetzt persönlich fuck und die sind sieht er sich die kämpfen gegeneinander das ist for us also später wenn das jetzt so wie in der neuen 1.9 wird dann ist vip plus so op ich sehe ich habe ich glaube ich gerade gesehen ja genau da unten war ich hat man ja jungs wir sehen uns dann in der nächste runde so jungs wir sind jetzt in der nächste runde hier minecraft sky survival games und ja infos zu unserem kanal wisst ihr ja pixelboy hd das kommt höchstwahrscheinlich am 26 dezember oder am 27 dezember auf rio hd kommt schon ein video demnächst mehrere videos die runde ist leer unter wasser unter wasser gehen ich habe eine eisenhose ich habe eine steinachse ich habe eine steinachse ich habe eine steinachse ich bin voll gold shit alter ich sterbe fuck ich komme nicht mehr raus echt nicht wo bist du wo bist du oh oh jetzt kann ich schon jemanden killen da bist du ja 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 seh dich komm komm wir müssen jetzt weg hier hä sind wir schon no longer ja man kann schon killen ist ok gut ich habe gut essen eigentlich ja da hinten ist einer ohne kipp ja warte mal ich hole mal schnell mein bist du du hast angegriffen oder ich sehe es ja ich muss sowieso mal ganz kurz weg ok den einen hätte ich ok jungs es ist jetzt ein bisschen scheiße gelaufen aber naja sieht aus so und jetzt und ich okay ich wenn also okay wir sind eigentlich auf einer guten spur werden es ungefähr drei kürze oder so konnte ich mir jetzt auch noch alter der legt den hätten wir auch die jungs nein ist ein bisschen essen in die leiste packen ich glaube ich auch eine killing spree oder ist noch eine ich weiß nicht wir haben glaube ich viele leute gekillt jetzt und den schnapp ich mir jetzt auch noch alles klar ich geht in der mitte und warte da einfach also der sagt ja vollem eis spielte in der mitte und grün wie das ich wib doch und ich werde es da irgendwas man kann sich ja nicht kraften also ich habe im prinzip sage ich mal das beste schwert das man bekommen kann man nicht ihr axbom bei dinge aber naja oder ist ja ich glaube doch die wissen die man fliegt nein lieber nicht ich habe hier eisen weiß ich kann ja okay ich habe das eine eigene dienstmap gebaut eine eigene job-and-run map ja die ist so schwierig jetzt gehen wir noch unten also ich bin jetzt mir fehlt nur noch ein eisenhelm das ist mir nicht gestorben ich glaube das ist nie wieder auf haus ich habe ich doch vorhin auch so oft gesehen dass man kann nichts kraften natürlich viel essen und ich hab so viel essen man Leute falls ihr mal fragen an uns habt schreibt es ruhig in die kommentare ja wir wollten generell auch mal jetzt ein neues mehr wie eine frage antwort video machen wir können wir sind auch auf insta aktiv na ich zurzeit nicht ja aber ich bin auf insta aktiv und es reicht ja wenn eine aktive sind da könnt ihr uns schön fragen stellen im hintergrund werden wir durch dann bestimmten gameplay spielen oder so und dann machen wir und twitter sind wir auch bald aktiv genau so wie auf facebook und ich bin auf snapchat aktiv also ja ich ein stückchen also aktiv nicht aber ich habe auf jeden fall wir werden vielleicht auch also ins auf jeden fall auf insta weil es einfach da praktisch am praktischen am praktischsten ist und ja und skype wäre auch am besten skype wäre natürlich naja aber es wäre bloß weil die alle unsere namen halten dann müssen wir nicht alle enden und so also macht am besten über instagram ja hatte dann müssen wir noch anfragen schicken weil mein account da in gesperrt ist wenn sag rum heiße ich lonely pixel ball also ich heiße nicht pixel sondern halt einfach lonely und auf insta gibt es noch aber ist bisher nicht ist mir ja ein stückchen verloren gegangen kann man ja ein stückchen lol was steht da rest in peace fragger daddy alles klar ich glaube da stürbste alter lol wer ist jetzt nicht gestorben hätte guck mal ich habe immer fast also ich hätte für dich noch richtig gutes equip gehört ja das ist schon gar nicht schon ist schon stark und später ich glaube wenn wir dann unsere wenn wir unseren pc also unseren neuen pc haben dann werden wir auf jeden fall wir wissen es noch nicht ob wir die alten videos hier löschen ich glaube wir lassen sie da ja weil ich auch sagen würde ich jetzt auch sagen okay es beginnt ich werde mich kurz raus aber ich könnte mich jetzt eigentlich so gut ein bisschen ich könnte mich jetzt eigentlich so gut ein bisschen der andere verpüßt sich und ihr könnt auch ruhig mal auf dem kanal von holkes ap auf jeden fall ist ein guter freund von uns also das wäre cool wenn ihr dennoch ein abo da lasst er macht richtig geile videos über ps4 macht er halt aw was macht er noch gta macht er ist ja geil wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und auch er macht auch viele livestreams ja gewonnen heute hat er erst zwei oder macht gerade noch ein ja bist du da wo bist du ich bin bei die uns siehst du mich jetzt noch für euren oder nein aber ich sehe dich in den schweren der hand guck mal siehst du auch guck mal lassen es geht das sind noch eine runde oder bis dann soll da sind wir wieder und wir haben mega angst weil ribo laden wir noch drei hungerbiken und wenn du jetzt nicht springen kannst ey pixel hat er geschrieben pixel team schreibt jetzt Ja, ich bin voll Iron. Das ist real. Wo ist mein ganzes Essen hin? Ich hätte gerade noch Essen, der Hund. Klingen wir bloßer. Wo bist du? Da. Abhauen! Rinde! Sprinten! Scheiße. Der Biss, Biss. Scheibenkreis doch. Hängt jetzt. Verstandsachen, wo? Killed bei. Nein, das ist meiner. Alter, der hackt! Ja, der VIP? Nein, der hier. Na ja, ganz voll schnell. Nein, da haben wir noch. Hätten wir noch. Warum denn wir hier? Dann hätte ich da. LOL, warte mal. Lebst du noch? Wir hatten erst letztens... Egal, ich erzähle es hier nachher. LOL, Alter, der hackt der Spast. Guck mal, wie schnell. Okay, hack. Hack. Okay, das war's, Leute. Das war's von dem Video. Äh, von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.